Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist mal wieder Zeit für einen kurzen, knackigen Impuls für einen Healthy Shot. Und heute gibt es den angekündigten zweiten Teil von meinem Rezeptbuch der Lebenskraft, zumindest von einem klitzekleinen Ausschnitt davon. Ich habe am letzten Podcast in der Folge 354 schon ein bisschen darüber berichtet. Ich habe mir überlegt, weil die Zeit wirklich so tough ist. Ganz viele Menschen haben ganz viel Angst, denen geht es nicht gut. Und wir stehen auch jetzt, wenn ich diesen Podcast gerade aufnehme, auch wenn Du ihn hörst, ja kurz vor dem Herbst-Winter 2022. Also neben dem ganzen Stress, den die Menschen jetzt haben mit Krieg und Corona und Inflation und Energiekrise und Co., hat man dann eben auch noch diese dunklen Tage und so weiter. Und das, was Du tun kannst, werde ich am Sonntag, den 2. Oktober um 19 Uhr dir komprimiert, ja, ich sag jetzt mal aufzeigen. Und es wird am Sonntag, den 2. Oktober um 19 Uhr den ersten Community-Livestream von mir geben, ja. Und ich würde mich freuen, wenn Du Dich dafür anmeldest. Hier in den Shownotes findest Du den Link dazu. Und ich habe tolle Punkte zusammengefasst, die Dir helfen, dass Du in dieser sehr, sehr taffen Zeit wieder zu mehr Lebenskraft kommst. Also melde Dich dafür an zu meinem ersten Community-Livestream am Sonntag, den 2. Oktober. Den Link dazu findest Du hier in den Shownotes. Und wie ich das im letzten Podcast in der Folge 354, also dem ersten Teil, schon erwähnt habe, es gibt momentan so viel Angst. Und das muss nicht sein. Denn Du hast die Möglichkeit, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das ist der erste Impuls, den ich Dir heute in diesem Healthy Shot mit auf den Weg geben möchte, Du hast die Chance, Dich zu entscheiden und einen, ja, wahrscheinlich super, super wichtigen Punkt aus der Erfahrung meiner letzten 20 Jahre ab jetzt in Deinen Alltag zu integrieren. Und das ist das Selbstmanagement Deiner Emotionen und Absichten. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie tough das ist. Weil Deine Emotionen sind die Folge von über Jahre hinweg trainierten Gewohnheiten. Und die kommen ja einfach so. Und es ist so einfach, im Mangel zu sein. Es ist so einfach, in der Schuld zu sein. In der Angst, im Drama, in der Frustration, im Sich-Klein-Machen. Und dann bekommt man ja auch die Bestätigung im Außen, weil ja alles so katastrophal und so schlimm ist. Und dann erfolgt natürlich etwas, was natürlich, ja, selbstverständlich ist für mich, wenn man sich mit der Physiologie des Körpers gut auskennt. Der Körper folgt dem Geist. Und dann macht der Körper seinen Job, weil er Dich liebt. Das ist so ein bisschen wie das Volk, das dem König oder der Königin dient. Und stehst Du morgens auf, fühlst Dich schlecht. Die Emotionen sind eben schon da. Die Biochemie ist eine Katastrophe. Und Du hast einfach, naja, mehr oder minder den Mut verloren, aus diesem Dilemma rauszukommen. Weil die Bestätigung im Außen ist ja auch noch da. Und Du bist dieser Sache nicht hilflos ausgeliefert. Und dieser extrem wichtige Punkt, dieses ganz wichtige Rezept für mehr Lebenskraft ist das Selbstmanagement Deiner Emotionen mit den verbundenen Absichten. Und ich gehe nochmal ein bisschen intensiver darauf ein. Wie ich es eben gesagt habe, das, was Du viele Jahre geübt hast, das, was Du kannst, wird biochemisch von Deinem Körper und vor allen Dingen von den neuronalen Verbindungen in Deinem Gehirn in kürzester Zeit abgerufen. Das heißt, Du fühlst Dich wieder genauso wie gestern, wie vorgestern, wie vorvorgestern. Dann wird sich aber nichts verändern. Und so bekommst Du quasi eine Bestätigung im Außen von dem, was Du im Inneren fühlst. Und das wiederum, was Du innerlich immer wieder fühlst, geht in die Reflexion ins Feld nach außen. So ein bisschen wie ein Pingpong-Spiel. Aber da kann sich nichts verändern. Und Selbstmanagement bedeutet in dem Moment, dass Du eine Entscheidung triffst. Und ich wiederhole das so oft, aber weißt Du, die Umsetzung ist der Schlüssel. Es nicht nur zu hören, sondern es in die Umsetzung zu bringen. Übe Dich darin, bewusster zu werden und anders zu reagieren, als Du normalerweise reagiert hast auf Situationen, auch wenn es sich am Anfang erstmal nicht so gut anfühlt. Ich gebe Dir mal ein Beispiel. Wenn Du immer darauf reagiert hast, ich sage jetzt mal, weil Du ein extrem ungeduldiger Mensch bist mit Aggressionen, weil es Dir nicht schnell genug ging, bedeutet das Selbstmanagement Deiner Emotionen, Dir im ersten Schritt bewusst zu werden. Und im zweiten Schritt, damit sich was verändern kann, sowohl neuronal im Kopf wie auch biochemisch in Deinem Körper und dann die Folge, die Emotionen, die wir ja verändern wollen, heißt es, dass Du tief ein- und ausatmest, Bewusstsein aufbaust und dann anders reagierst als mit Ungeduld und mit Frustration. Wenn Du Dich dann noch mit Deiner Herzenergie verbindest und übst in der Praxis Dankbarkeit, Liebe, Fülle und zwar in der Meditationspraxis täglich, dann geht es gar nicht anders, dass sich Deine Emotionen, die damit verbundene Biochemie und die Neuroplastizität, also sprich diese ganzen Verbindungen, die sich im Kopf aufgebaut haben über Jahre, eben ins Positive für Dich verändern. Ein weiterer Schlüssel, ein weiteres Rezept für mehr Lebenskraft bedeutet, dass Du täglich Deine klare Absicht oder die Absichten in Deinem Alltag formulierst. Und die Frage, die ich Dir jetzt mit auf den Weg gebe, die hat mir so oft schon so viel geholfen. Frage Dich, wer möchtest Du heute sein? Frage Dich, wenn Du Dich selbst beobachten könntest, welche Energie möchtest Du heute in die Ausstrahlung bringen? Und ganz ehrlich, würdest Du nicht auch lieber mit Menschen zusammen sein, die Lebenskraft, Fülle, Liebe und vor allen Dingen ein Miteinander ausstrahlen? Das sind die Menschen, zu denen wir uns magnetisch hingezogen fühlen. Und in dem Moment, wo Du Dich das fragst, wer möchtest Du heute sein, kannst Du eine klare Absicht formulieren. Schreibe Dir das auf, fange an, das zu trainieren und zu üben. Also, es gibt sie, die Schlüssel, um aus diesen Krisen herauszukommen. Es gibt sie, diese Tools. Und ich nenne sie das Rezeptbuch für mehr Lebenskraft. Und ich möchte Dich nochmal einladen, weil dieser Community-Livestream am Sonntag, den 2. Oktober, ist deswegen auch so besonders, nicht nur für mich, sondern hoffentlich auch für Dich, weil Du die Möglichkeit hast, mir alle Deine Fragen zu stellen. Ja, vielleicht hörst Du diesen Podcast schon etwas länger. Dann hast Du die Möglichkeit, mir alle Deine Fragen zu stellen. Wir werden einen richtig, richtig schönen Livestream machen. Wir werden auch zusammen meditieren. Und Du wirst ganz einfach mit einem großen, strahlenden Lächeln am Sonntag nach diesem Livestream ins Bett gehen. Das verspreche ich Dir. Ich wünsche Dir jetzt von ganzem Herzen nur das Allerallerbeste. Wenn Du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hör Dir die Folge 354 auf jeden Fall nochmal an. und vielleicht sehen wir uns ja am Sonntag, dem 2. Oktober um 19 Uhr. Ich freue mich auf Dich. Von Herzen nur das Allerbeste. Deine Kerstin Deine Kerstin Untertitelung des ZDF, 2020